Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Verschiebt sie! Der Angriff Steiner ist mein Befehl zu widersetzen! Die Generalität des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Nur um zu lernen, wie man Messer klar behält! Jahrelange... Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben! Das hat mich vor meiner Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur ein Schicksal... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Und dass sie ihre Welt ginger und klingelt! Verratter! Von allem Anfang an wissen sie zu verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat gehabt der deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhige dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Doch, es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg. Tun Sie, was Sie wollen.